Bei einem Besuch im Heimatmuseum kann man viel Interessantes über die ehemaligen Bräuche und Feste der hier angesiedelten Deutschen erfahren. Eigentlich, wie sich die Menschen hier auch gesiedelt haben, in 1740, dann haben sie sich mit Glasbläderei beschäftigt. Hier kann man sehen, ob wir auch Glas, unser Name, als Oberinger, das haben wir von der Glasbläderei verstanden, von der Glashütte. Die Glasbläderei, das ist 50 Jahre, haben sie das gemacht und dann war kein Holz mehr, weil es der Wald abgestoppt und dann haben sie mit der Töpfnerei angefangen. Und von der Glasbläderei ist nichts mehr da, aber für circa 10, 50 Jahre haben wir das wieder aufgenommen, dass jedes Jahr auf unserem Dorf fest, dann kommt ein Wanderer mit einem Wanderofen und dann tun sie ein Zeichen, wie man das Glas macht. Eigentlich wollen wir wieder das aufhören und wollen wieder so einen Ofen lassen bauen. Zur Verwirklichung des neuen Glashütte-Projektes wurde schon die Bewerbung eingereicht. Nach dem Muster der Glashütte von Bustabanio möchte man eine kleinere Glashütte aufbauen, um den Interessenten die Geschichte der hiesigen Glasbläserei vor Ort zeigen zu können. Auch der Faschingskrapfen von Altglashütte gilt als Besonderheit. Jetzt ist Fasching, jetzt packen wir Faschingskrapfen. Es ist ein Mohl und da muss man einen Teig machen und der wird da draufgelegt und mit einer Schnur, mit einem Bädel wird das draufgebunden und dann wird es in ein Fettnäugel gehängt und wird es rausgepackt. In der Siedlung wurden in den vergangenen zehn bis 15 Jahren mehrere interessante Traditionen wachgerufen. Einer der spektakulärsten ist der Hutzelsonntag, das Rollen eines Feuerrades. Hutzel steht für Dörrobst und man hält so, wo das Rad runterrollt, kann man reiche Ernte erwarten. Der Hutzelsonntag, der ist immer der erste Fasten Sonntag und der ist jetzt am 6. März. Ich weiß nicht, dass man weiter dem Virus da kann, aber es ist ja im Freien und dann wollen wir das wieder machen. Das geht auch schon 14, 15 Jahre, dass man es wieder auf den Eintun. Aber sie wollen es ja nicht, dass das verloren geht, dass das nicht weitergemacht wird, weil das so etwas ist nicht in die Umgegend, dass so noch unsere Urahnen mitgebracht wurden, von Deutschland für die Reue gewonnen sind. Ein anderer interessanter Brauch ist das Hahn schlagen, eine traditionelle Geschicklichkeitsprobe, die jedes Jahr im Oktober, alllässlich der Kirmes von Altglashütte, veranstaltet wird. Früher war das ein wenig brutal, aber jetzt nicht mehr. Früher hat man im Elokokos eingegraben und den hat man mit zugebundenen Augen. Und der, der den getroffen hat, den Kockel, den hat er gehört. Aber das war so, der Gebrauch, das haben die auch die Bursche gemacht, die Jungen. Und den haben sie dann hergerichtet und haben gekocht. Und Kockelpaprikasch. Aber jetzt, dann haben wir versucht, von hier an so einen Kockelkopf zu machen, aber der war zu groß, der hat uns auf den ersten Schlag totgeschlagen. Weil er hat das verbricht und bis ich den gesucht habe, dann ist er gleich verbrochen. Also, der noch nicht genäht, das ist da was Festes und das ist von Stoff und ausgestopft mit irgendwas. Und in dem Kamm drin ist eine Jodampula und wenn sie den treffen, dann verbringt er es und dann blutet er. Und dann sieht man, dass er getroffen ist und dann ist das Spiel zu Ende. Die älteren Einwohner des Dorfes hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen die Traditionen der Ahnen genauso engagiert wie sie weiterbringen werden.